Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum Airbus A320 Teilpreis. Mit der heutigen Folge 12 Alpha. Es geht heute um den Climb und genauer gesagt geht es eigentlich um die Action, die in 10.000 Fuß dann durchgeführt werden. Wenn man sich das Kapitel vom Airbus anguckt, dann ist das Climb-Kapitel relativ kurz. Da steht nicht so viel drin, bis eben halt auf diese 10.000 Feet Action. Und es wird nochmal das ein oder andere auf einen Climb-Modi eingegangen oder Climb-Modus eingegangen. Das wird uns aber dann in den nächsten Folgen beschäftigen, wo wir dann ganz explizit uns um die verschiedenen Modi des Climbs beschäftigen und wir es auch in der Praxis dann anwenden. Heute geht es doch vorwiegend um die 10.000 Fuß. Allerdings werden auch jetzt schon einige Climb-Modi besprochen. Das wollen wir natürlich tun. Und ihr seht hier, es geht um den Climb. Der normalwürdige Speed-Mode ist der Climb-Mode oder der Open Climb with Managed Speed Active. Managed Speed Active sind wir ja deswegen, weil der Auto-Thrust übernimmt ja die ganzen vorselektierten Programmierungen der N1. Also wir sind ja aus dem Take-Off-Thrust in den Climb-Thrust gegangen. Daraus ergibt sich eine andere N1-Drehzahl und die wird sich natürlich dann auch weiter verändern, wenn wir nachher unsere Reiseflughöhe erreicht haben, also den Cruise oder wenn wir dann sinken. Das wird natürlich alles vom Auto-Thrust-System automatisch dann übernommen. Das heißt, der Gashebel, der bleibt jetzt auf Climb, bis wir dann irgendwann kurz vorm Touchdown ihn dann wieder zurückziehen. Aber sonst haben wir eigentlich im Normal-Bereich mit dem Thrust-Liver erstmal überhaupt nichts mehr zu tun. Deswegen Managed Speed. Diese Speed ist ja nun vorgewählt. Wir sind nun mal in der Climb-Speed und in der Climb-N1-Drehzahl. Das heißt, da werden wir hier überhaupt nichts verändern können, sodass es hier eigentlich nur um den Vertical-Mode geht, Climb oder Open Climb. Wo ist denn jetzt überhaupt der Unterschied? Nun, wenn wir jetzt herkömmliche Flugzeuge fliegen oder auch wenn wir jetzt manuell den Airbus bewegen würden und wir haben einen vorgefertigten Thrust, das heißt, wir werden an dem Thrust nichts ändern, dann werden wir ja nur eine Möglichkeit haben, diese dann daraus folgende Speed zu behalten, wenn wir über den Pitch-Modus entweder mehr steigen oder Schnauze weiter nach unten. So haben wir die Möglichkeit, diese resultierende Speed auch zu behalten. Und das macht natürlich das Flugzeug genauso, denn wie gesagt, nochmal, wir haben am Speed ja nichts verändert. So, und da gibt es diese zwei Modi, einmal den Managed-Modus, das ist der Climb-Modus und wir haben den Open Climb, das wäre der Selected. Der Unterschied ist natürlich euch wahrscheinlich bekannt, aber ich würde es gerne kurz nochmal erklären. Wenn wir also uns im Climb-Modus bewegen, dann würde sämtliche Constraints und die ganze Berechnung, wie wir jetzt den Pitch selektieren, damit die Speed erhalten bleibt, wird automatisch von unserem Flight-Management-System übernommen. Wenn wir im Open Climb sind, dann sind wir im Selected-Modus, dann würde auch die Maschine durch den Pitch-Mode hoch und runter versuchen, diese Speed zu halten. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied. Alle vorgewählten Constraints, die vielleicht auf einer Departure-Route dort eingetragen sind, also zum Beispiel, ihr müsst die und die Höhe bei dem und dem Punkt haben oder ihr dürft die und die Höhe nicht überschreiten bei dem und dem Punkt, würde im Climb-Modus automatisch Rechnung getragen, aber im Open Climb eben nicht. Das heißt, im Open Climb seid ihr als Pilot dann wieder auf der blöden Seite, dass ihr darauf Rücksicht nehmen müsst und ihr müsst das garantieren, dass ihr diese Höhenprofile auch einhaltet. Das heißt, die Workload ist natürlich im Open Climb höher als im Climb. Deswegen kann man trotzdem beide Modus benutzen oder Modi benutzen, das ist schon richtig. Aber ich würde immer dafür plädieren, im Climb-Modus zu arbeiten und nicht im Open Climb. Jetzt geht es hier darum, welche Seite jetzt angewählt wird, sowohl vom Pilot Flying als auch beim Pilot Monitoring, und zwar was die MCDU-Seite anbelangt. Wenn ihr eine gewisse Höhe erlangt habt, dann würde sich die Take-Off-Seite, auf der ihr ja mal gestartet seid beim Take-Off, sich verändern und er würde auf die Performance Climb-Page gehen. Was wir da dann sehen, werden wir uns nachher im Simulator angucken. Aber auf jeden Fall, das ist also eine automatische Selektierung der MCDU auf die Performance Climb-Page. Hier steht aber auch ganz klar drin, aber Das bedeutet, wir können also auch andere selektieren, andere Seiten vorwählen, je nach Flugsituation. Denkt zum Beispiel daran, ihr kriegt vom Controller jetzt ein Direct, Direct-Rotville, Direct-Tublo oder irgendwie sowas. Dann würden wir ja als Pilot Flying diese Aktion durchführen, denn ihr seid ja jetzt der aktive Pilot, also müsst ihr euch auch um die Navigation des Flugzeugs kümmern. Sprich, ihr würdet dann auf die Direct-Tub-Page gehen, Tuplo beispielsweise on top nehmen, das executen und dann fliegt die Maschine automatisch nach Tuplo. Bedeutet also, wir sind aus der Performance Climb-Page dann rausgegangen auf die Direct-Tub-Page. Und das können wir auch machen. Wo wir dann wieder zurückgehen, ob wir wieder auf die Performance-Page gehen oder vielleicht doch gleich auf die Progress-Page, Das können wir uns dann überlegen, dazu kommen wir jetzt. Aber hier steht drin, wir können also letztendlich alles wählen, was dann in der Flugsituation für uns dann vielleicht Sinn macht. The MCDU Progress-Page, das ist also jetzt nicht die Climb-Page, sondern die Progress-Page, displays den Optimum Flight-Level. Da wird also unser Optimum Flight-Level angezeigt und auch noch die Max-Rack-Flight-Level. Der Optimum Flight-Level hat immer die Funktion des Cost-Index zur Folge. Also wenn ihr dem Optimum Flight-Level folgt, dann würde der Cost-Index eine wirkliche Rolle spielen. Dafür gebt ihr ja den Cost-Index ein. Ob ihr denn den Optimum Flight-Level bekommt und ob er ihnen fliegt oder ob ihr aus Wettergründen vielleicht doch lieber etwas tiefer bleibt, Das ist eine ganz andere Frage. Aber wir müssen erstmal theoretisch lernen, dass der Optimum Flight-Level irgendetwas mit dem Cost-Index zu tun hat. Also wahrscheinlich gar nicht so dumm ist, diesen Optimum Flight-Level einzunehmen. Hier steht nochmal der Max-Rack-Flight-Level. Wir gucken uns erstmal an, was das ist. Es geht also um ein Buffett, um eine Buffett-Margin. Hier 0,3 mindestens. Und auch die FMGS-System würde das auch akzeptieren. Allerdings nur, wenn dieser Flight-Level dann auf jeden Fall mindestens noch 0,2G-Margin euch geben würde. Dieser Max-Rack-Flight-Level, wir sehen ja, wir dürften es machen. Ob es Sinn macht, das zu machen, wird uns dann später mal interessieren. Aber nur so viel. Dieser Max-Rack-Flight-Level ist in meinen Augen eine ganz gefährliche Sache. Und ich persönlich würde niemals eine Höhe wählen, die so weit oben liegt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also, rein von Airbus dürften wir es machen. Aber ich muss dann eventuell auch mit Konsequenzen leben. Wie gesagt, mehr will ich dazu erstmal nicht sagen. Ich werde euch dann schon gegebenenfalls Zeit darauf impfen, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Das wird uns dann später beschäftigen. Dann haben wir beim Pilot-Monitoring die Flight-Plan-Page offen. Die bleibt auch offen. Und ja, sie war ja auch schon angewählt zuvor. Und da wird sich auch erstmal nichts verändern. So, jetzt geht Airbus auf gewisse Situationen ein, die natürlich selbstverständlich eintreten könnten. Beispielsweise ATC möchte jetzt, dass wir schneller steigen. Oder das ATC möchte jetzt uns eine Geschwindigkeit vorgeben. Aufgrund der Planung von ATC. Vielleicht sind wir zu schnell oder vielleicht sind wir auch zu langsam. Und dann die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Auch die Turbulence ist natürlich hier ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ihr Turbulence bekommt, dann werdet ihr natürlich da nicht durchbrettern, sondern ihr werdet natürlich auch die Geschwindigkeit dementsprechend verändern. Und hier wird jetzt darauf eingegangen, wie wir das Ganze machen. Übrigens, Turbulence Speed, nur mal, dass ihr es schon mal gehört habt, werden wir sicherlich im Cruise nochmal besprechen. Turbulence Speed ist bis Flight Level 150, 250 Knoten. Darüber dann bis Flight Level 13, 275 Knoten. Und dann geht es in den Machbereich 0.76. Nur, dass ihr das mal schon mal gehört habt. Also, das kann man sich gut merken. Flight Level 150, da ist eine 5 drin. Das sind also 250 Knoten, ist auch eine 5 drin. Kann man sich gut merken. Und alles, was darüber ist, ist dann 275 Knoten bis Flight Level 13. Aber das bezieht sich auf die Daten aus dem Quick Reference Handbook. Und das bezieht sich auf Severe Turbulence. Es ist euch natürlich immer erlaubt, auch wenn ihr keine Severe Turbulence habt, sondern vielleicht nur Moderate Turbulences, seid ihr natürlich immer in der Lage, die Geschwindigkeit zu verringern, um auch vielleicht die Passagiere nicht zu sehr zu beunruhigen. Auch das ist natürlich sicherlich ein gutes Airman-Chip. Und nicht nur zu sagen, naja, hier steht im Buch Severe Turbulences, sehe ich noch nicht so. Für mich ist das nicht Severe. Deswegen brauche ich jetzt die Geschwindigkeit nicht reduzieren. Ich glaube, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Ja, und wie macht man das dann, wenn jetzt also eine andere Geschwindigkeit von euch angewählt werden sollte? Ja gut, man zieht einfach am Speed-Knopf und das war's. Also man zieht da dran und wählt dann irgendwie manuell eine Geschwindigkeit vor. Zum Beispiel die Turbulence Speed 250 oder 275. Und ja, und dann würde die Maschine automatisch, weil ihr ja jetzt im Selected-Mode arbeitet, darauf reduzieren. Und wenn ihr dann wieder zurückgehen möchtet in den Managed-Mode, dann drückt ihr einfach den Knopf wieder und die Maschine würde dann die vorgewählte Speed wieder nehmen, die dann von der MCDU ja dann errechnet worden ist. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, was jetzt eine gute Speed ist für die Climb-Rate. Gerade auf lange Sicht gesehen kann man immer sagen, zwischen der Green Dot Speed, also die Minimum Clean Speed, und der Econ Speed, da liegt eigentlich diese beste Steigrate. Es dauert allerdings relativ lange, also auch aus der Erfahrung kann ich euch sagen, wenn ihr dann, sage ich mal, wir kommen da gleich zu beim Expedite Climb, wenn wir jetzt die Geschwindigkeit sehr stark reduzieren, zum Beispiel sehr dicht an der Green Dot, und ihr geht dann wieder in den Managed-Mode, dann dauert es doch relativ lange, wie da eher die Maschine acceleriert, weil die ganze Energy natürlich weg ist. Und die Energy muss erstmal wieder aufgebaut werden, und das dauert dann doch schon einige Zeit, eher dann die Geschwindigkeit wieder im Managed-Mode wieder erreicht worden ist. Ein weiterer Fall könnte sein, dass ATC euch anweist, bitte jetzt mal schneller zu steigen, aus Traffic-Gründen. Dann hättet ihr eine Möglichkeit, ob ihr das machen würdet oder nicht, wie gesagt, wird uns dann später beschäftigen, aber erstmal hättet ihr eine Möglichkeit, hier mit dem sogenannten Expedite-Modus zu arbeiten. Ihr habt also eine Taste, gucken wir uns gleich an, am FCU, wo ihr dann diese Taste Expedite drücken könnt. Und was passiert dann? Dann würde bedeuten, dass hier die Maschine automatisch auf die Green Dot zurückgeht, und es würde dann heißen, Thrust Climb Expedite Climb und NAV. Diese Möglichkeit passiert. Das ist ja genau der Grund, wie kann man das machen? Ich hatte ja eingangs gesagt, der Thrust ist ja vorgewählt, da werden wir ja nichts verändern. Wir geben ja deswegen nicht mehr Thrust oder so, sondern wir wollen jetzt ja einfach nur sehen, dass die Maschine steigt. Ja, da kann ich natürlich extrem steigen, indem ich einfach die Schnauze jetzt ganz weit nach oben bringe. Dann steige ich natürlich dramatisch, hat aber natürlich zur Folge, dass die Geschwindigkeit auch abnimmt. Und in diesem Fall, in dem Mode, würde sie bis zur Green Dot Speed abnehmen. Dann würde die Steigrate natürlich wieder weniger werden, um dann diese Green Dot Speed auch mit Pitch zu halten. Also mit Rauf- und Runterfliegerei dann letztendlich noch zu behalten. Und das FMA würde sich dann dementsprechend ändern. Wie gesagt, ob man das benutzt oder nicht benutzt, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber wie gesagt, die Möglichkeit gibt es eben halt. Hier steht es eigentlich schon, eigentlich steht es hier schon, Use Expedite Only for Short-Term Technical Situations. Also das kann nur irgendwas für kurze Zeit sein. Also kommt bitte nicht auf die Idee mit Expedite dann bis oben zu steigen. Das geht eigentlich gar nicht. Das kann nur mal kurzzeitig angewendet werden. Aber da gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man das anwendet. Also ich muss diesen Button nicht unbedingt drücken. Aber möglich wäre das. Um dann wieder zurück zu gehen, drücken wir einfach dann auf den Altitude-Modus, weil wir ja dann nicht mehr im Open Climb sind letztendlich, sondern wir sind dann, oder wir gehen dann zurück in den Econ-Mode, so will ich es mal sagen. und dann drücken wir einfach den Altitude-Modus und dann sind wir wieder, jetzt steht auch wieder Thrust Climb Climb Nav. Als nächster Punkt ist hier jetzt nochmal die Transition-Höhe angegeben. Transition Set Standard. Also Airbus geht davon aus, dass, und das kann ich auch nur bestätigen, dass wir in Deutschland 5000 oder in Niederlande sind es glaube ich 2000, Transition Altitude haben, ist doch der Ausnahmefall. Weil in der Regel ist es so, dass der Transition Level doch weitaus höher liegt. Ob er nun bei 10 oder 18 oder was weiß ich wo liegt, 1000 Fuß liegt, ist jetzt uninteressant. Entscheidend ist nur, deswegen ist das hier auch nochmal in den Climb, im Climb-Kapitel zu finden, dass wir jetzt bitte auf Standard Luftdruck setzen sollten. Wie gesagt, wir kennen das ja schon, wir haben das ja schon gemacht, schon bei der Take-Off-Folge haben wir das gemacht, bei der Folge 10. Wir sind auch nochmal in der Folge 11 After-Take-Off darauf eingegangen. Deswegen spare ich mir das jetzt. Ihr wisst aber ja auch den Call-Out, Passing Transition, also Set Barrow Standard und dann macht ihr das und dann Passing Standard Set, Passing, was weiß ich, 6000 Fuß, so Call-Out mäßig. Okay. So, jetzt geht es zum Cruise Level. Hier wird nun mal drauf eingegangen auf ein gewisses Szenario, das bezieht sich auf die MCDU. If ATC clears the aircraft to its intended cruise flight level or above, there is no need to modify the cruise flight level entered in the Init A page during the cockpit preparation. The MCDU will automatically take into account a higher cruise flight level selected with the FCU all due to the cuff. Also, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ihr eine Höhe erreicht oder fliegt und zugewiesen bekommt von ATC, die jetzt über der Höhe ist, die ihr eigentlich bei der Cockpit Preparation in die MCDU Folge 4b, erinnert ihr euch, eingegeben haben. Wenn die also darüber liegt. In unserem Fall waren es ja, glaube ich, Fly Level 330. So angenommen, ATC sagt, wie sieht es aus, Fly Level 350, sagt Affirm. Okay, und ihr steigt auf 350. Dann ist ja die 350 eine andere Zahl als die 330, die ihr eingegeben habt bei der Folge 4b Cockpit Preparation, FMC Programmierung. Das macht aber nichts. Das erkennt die MCDU automatisch und übernimmt dann diese neue Höhe als gegeben hin und rechnet dann auch sämtliche Sachen mit dieser neuen Höhe aus. Anders sieht es allerdings aus, wenn wir eine Höhe jetzt zugewiesen bekommen, die darunter liegt, als das, was wir mal eingegeben haben. Dann müsst ihr jetzt aktiv werden. Das heißt, ihr müsst die neue Höhe, die jetzt darunter liegt, eingeben. Warum? Hier steht, the flight crew must insert the lower cruise level in the progress page. Die Frage ist ja, warum? Und das finden wir hier. Otherwise, there is no transition into cruise phase. ihr würdet also die ganze Zeit in der Climb-Phase bleiben. Warum? Weil die MCDU davon ausgeht, naja gut, der ist zwar jetzt noch ein bisschen darunter, aber er wird ja in den nächsten Minuten wahrscheinlich dann eben halt auf die schon einprogrammierte Höhe steigen. Wenn das aber nicht der Fall ist, er wird immer im Climb-Modus bleiben. Er wird niemals in den Cruise gehen. Und das hat natürlich verschiedene Folgen. Erstmal ist natürlich die Climb-N1, die Drehzahl, eine andere als im Cruise. Punkt eins. Punkt zwei ist, die ganze Berechnung, Streibstoffberechnung und auch der Optimum-Flight-Level, was den Cost-Index anbelangt, wird natürlich auch dementsprechend nicht mehr stimmen. Weil er geht ja davon aus, dass ihr im Cruise seid. Aber seid ihr gar nicht. Ihr seid immer noch im Climb. Und das vielleicht bis nach Palma. Also müsstet ihr in diesem Fall aktiv werden. Ihr überschreibt die schon von euch eingegebene Höhe jetzt mit der neuen Höhe, die eben halt darunter liegt. Und dann verändert sich automatisch auf der Page dann. Ihr seid dann im Cruise und nicht mehr im Climb. Dann gibt es noch was anderes. The managed and speed targets and much are not modified. Ja genau, das ist das, was ich gerade gesagt habe. The managed speed targets and much are not modified. Also klar, ihr fliegt immer noch im Climb anstatt im Große. And soft altitude mode is not available. Dazu muss man natürlich wissen, was ein soft altitude mode ist. Okay, erkläre ich euch. Wenn ihr jetzt im Reiseflug seid und wie gesagt, im Reiseflug, nicht im Climb, im Reiseflug. und durch Temperaturveränderungen oder auch Windveränderungen kann es ja sein, dass die Speed sich immer irgendwie verändert. Mal wird sie ein bisschen höher, mal wird sie ein bisschen geringer. Nun muss ja darauf irgendwo der Autostrust reagieren. Also nimmt die Geschwindigkeit zu, würde der Autostrust dann auf jeden Fall den Gashebel, oder nicht den Gashebel, aber die N1 zurücknehmen. Und wenn die Geschwindigkeit dann weniger wird, dann, klar, würde sie wieder Gas geben. Das wäre natürlich sehr unökonomisch, wenn also immer irgendwie der N1 sich verändert. Immer laut, leise, laut, leise. Das ist natürlich eine Sache, die ist nicht gerade sehr treibstofforientiert und vor allen Dingen auch für die Engine nicht gerade so gut. Und daraufhin wird ein sogenannter Soft-Altitude-Mode aktiv. Wenn ihr also im Reiseflug seid und die Geschwindigkeit des Flugzeugs laut Indicated Airspeed nimmt eben halt jetzt ein paar Knoten zu oder ein paar Knoten ab, das ist ja immer nur ein, zwei, drei Knoten mehr oder weniger. Bevor jetzt also der Autostrust immer laut und leise macht, wird dann einfach die Höhe geändert. Wenn also die Geschwindigkeit beispielsweise zunimmt, wir sind also etwas schneller als eigentlich gewollt, dann wird die Maschine die Schnauze etwas weiter nach oben nehmen und ungefähr 50 Fuß steigen. Damit nimmt die Geschwindigkeit ab, naja, und dann geht sie dann ganz normal wieder runter. Also wenn ihr feststellt, dass eure Reiseflughöhe irgendwie ganz leicht so um 100 Fuß nach oben oder 100 Fuß nach unten, sorry, 50 Fuß nach oben und 50 Fuß nach unten variiert, dann ist es nicht die Dummheit der Maschine, sondern ganz im Gegenteil, es ist eben halt gewollt, damit wir ökonomischer fliegen. Und eine 50 Fuß Veränderung ist auch im AWSM-Bereich kein Problem. Also in diesem Höhenband, wo wir dann auch nur noch eine Separation von 1000 Fuß haben, ist das völlig legitim. Und das macht die Maschine automatisch. Das ist der Soft-Mode. Aber der Soft-Alditude-Mode, der ist nur eben halt aktiv im Cruise. Wenn ihr also nicht im Cruise seid, gibt es den nicht. Ich denke mal, das habt ihr jetzt zustanden. Naja gut, und dann geht es hier nochmal auf die After-Take-Off-Climb-Check, das Spielloser-Line, wie gesagt, haben wir alles schon gelesen, weil wir die Transition schon lange überquert haben. Ich kann euch also jetzt kein Standard-Konzept geben, ihr müsst immer dann die After-Take-Off lesen und dies und jenes. Das ist immer, also gerade Below-The-Line, das hängt natürlich immer davon ab, wie der Transition-Level ist. Oder der nicht der, ja, nee, Transition-Level ist es nicht, sondern Transition-Altitude ist. Also es kann durchaus sein, dass wir jetzt hier bei unserem Flug, Abflug in Stuttgart, naja, haben wir die Transition-Altitude erreicht, gehen auf Standard und können die ganze Checklist lesen. Und dann passieren wir dann irgendwann mal 10.000 Fuß, ja gut, dann kommen die Items und gut ist. Es kann aber auch durchaus sein, dass wir die After-Take-Off einfach nur Down-to-the-Line lesen, weil wir haben noch nicht die Transition-Altitude erreicht, werden dann irgendwann mal 10.000 passieren, machen denn unsere ganzen Items und dann kommt irgendwann die Transition-Altitude, dann müssen wir auf Barrow umschalten, also auf Standard umschalten, Barrow Standard und lesen dann nochmal die After-Take-Off Below-The-Line. Also da, wie gesagt, da sind alle Möglichkeiten offen, da müsst ihr mal gucken, wie es dann so ist. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, das haben wir ja letztendlich schon im Unterricht gemacht. Dann haben wir die, kümmern wir uns und jetzt kommen wir eigentlich zu diesen Items. Jetzt kommen wir zu den Items, die uns in 10.000 Fuß oder dahin dann beschäftigen. Einmal müssen wir nochmal zu dem Engine Anti-Eis kommen. Zum Engine Anti-Eis glaube ich brauche ich nichts mehr zu sagen, das haben wir ausführlich besprochen, wann wir Engine Anti-Eis einschalten oder nicht, sonst verweise ich bitte nochmal auf die vorherigen Videos, insbesondere die After-Take-Off. Dann haben wir den Radar-Tilt. Der Radar-Tilt muss jetzt ein bisschen adjusted werden, wir sind ja so zwischen 5 und 7 Grad Pitch-Up sind wir ja nach oben gerichtet mit dem Radar-Beam gestartet, wenn wir jetzt aber natürlich schon eine gewisse Höhe erreicht haben, dann ist vielleicht 5 oder 7 etwas viel, dann gehe ich vielleicht mal auf 4 Grad Pitch-Up oder so, also müssen wir das adjusten. Das ist auch Erfahrungssache, ich kann euch im Moment leider nicht sagen, wie gut es implementiert ist, sowohl in dem, ja vor allen Dingen dem Flight Factor, da kann man ja den Tilt dann verändern, ob das wirklich genau dann der Tilt ist, der auch in der Realität ist, vielleicht können wir dann nochmal im Laufe des Fluges da nochmal zur Stellung nehmen, das kann ich eben eben halt ja man kann es auch ganz ausschalten auch es gibt Procedure dass man das Wetterradar nur einschaltet gibt es also durchaus die Procedure dass man es dann ausschaltet damit es nicht die ganze Zeit läuft bei uns läuft es die ganze Zeit das ist immer unterschiedlich deswegen steht es hier appropriate da dieses appropriate ist eigentlich da ist eigentlich genauer gesagt dafür dass man ihr wisst ja dass ihr noch verschiedene weitere Einstellungen habt ihr könnt ja jetzt den Modus auch verändern wir hatten ja gesagt in der Coppet Preparation dass wir das bitte schön lassen wir lassen ihn auf Turbulenz also Wetter und Turbulenz und schalten da auch nicht mehr dran rum aber die Möglichkeit würde ja bestehen also steht hier bitte das Wetterradar as appropriate einschalten ich lasst es auf Wetter und Turbulenz Schalter nicht mehr anfassen normalerweise das hängt auch von dem Wetterradar ab wenn ihr also die neuesten Wetterradars habt da habt ihr dann auch eigentlich gar kein Tilt mehr sondern dann habt ihr nur noch einen anderen Schalter wo wir die verschiedenen Level vorwiegen können also alle 1000 Fuß könnt ihr dann die Level umschalten das ist jetzt eine andere Frage dieses Wetterrad haben wir gar nicht hier und deswegen brauchen wir uns auch damit nicht beschäftigen eins ist nur klar dass wir irgendwie natürlich mit dem Radartilt arbeiten das ist klar da gehen wir auch im Reiseflug noch mal drauf ein welchen Tilt schalten wir zunächst zunächst einmal schalten wir die Landing Lights aus die werden retracted die werden also ganz ausgeschaltet das ist der erste Punkt das ist alles Pilot Monitoring die Sache übrigens dann die Seed Bed Signs da steht jetzt as required das hängt damit zusammen weil es unterschiedliche Procedure gibt von den unterschiedlichen Companies was will ich denn da mal zu sagen also es gibt Companies die schalten das sind 10.000 Fuß aus sofern die Situation auch dann vernünftig ist also man hat jetzt keine schweren Turbulenzen oder so dann schaltet man das aus als Passagier freut man sich natürlich viele wollen schon auf Toilette gehen das ist ja sowieso man das ist ja wie soll ich ich habe keine Flugangst die sollten dann mal mit Sievert Turbulenzen konfrontiert worden sein spätestens dann haben sie Flugangst also das dürft ihr als Pilot auch nie vergessen auch wenn das für euch Tagesgeschäft ist seht ihr das natürlich ganz anders Turbulenz für euch ist ein Selbstgänger ist überhaupt kein Problem ja auch Sievert Turbulenzen ist letztendlich kein großes Problem aber für die Passagiere die haben Todesangst das muss man mal ganz klar so sehen so deswegen aber es gibt das Procedure man kann sie ausschalten in 10.000 Fuß man kann es aber auch lassen also ich lasse sie grundsätzlich an bis wir die Reiseflughöhe erreicht haben und ich schalte sie auch wieder an sofern wir die Reiseflughöhe verlassen und ich schalte sie auch da nicht mehr aus also das mache ich natürlich alleine schon um mich zu schützen das ärgert natürlich die Passagiere wenn sie vielleicht dann 25 Minuten warten müssen bis die Reiseflug erreicht ist das ist mir schon bewusst aber wenn irgendwas noch passiert und das ist ja nicht unbedingt immer auf dem Wetterradar zu sehen denkt mal zum Beispiel an Cut an Clear Turbulences die seht ihr auf dem Wetterradar nicht und plötzlich schüttelt es die Maschine durch dann könnt ihr sagen ja wusste ich nicht ja gut aber der Staatsanwalt wird dann sagen Moment mal sie können doch davon sie wissen doch gar nicht in welchen Level welche Turbulenz herrscht oder wissen sie das dann genau aus dem Grund verstehe ich nicht warum sie die Passagiere ausgeschaltet haben also ihr seid immer sofort in der Defensive weil die verschiedenen Level die man durchquert die kann ich ja wirklich nicht einsehen zumal wenn es sich um Clear Turbulences handelt das heißt ihr seid als Pilot immer auf der sicheren Seite wenn ihr die Seatbed Signs anschaltet dann gibt es natürlich auch ganz Clevere die den ganzen Flug über anschalten sondern da kann mir nie was passieren naja gut das kann man natürlich auch nicht machen dann wird der Passagier immer die Möglichkeit geben auf Toilette zu gehen also das ist ja nun auch kein verantwortungsvolles Verhalten also man muss natürlich immer einen Mittelweg finden und der Mittelweg in unserer Company ist eben halt der dass wir sagen den ganzen Reiseflug über sofern es nicht wackelt könnt ihr natürlich da ohne Seatbed Signs agieren aber wenn es dann im Climb ist oder im Descent dann lassen wir sie eben halt an und da passieren ja auch die meisten Sachen das ist ja ganz klar und auch wenn ihr nicht sicher seid oh Mensch ich kann das jetzt schwer einschätzen das Wetterradar wie gesagt dann schaltet die Dinger an ihr seid dann sicher das ist also ein ganz wesentlicher Punkt aber wie gesagt es gibt unterschiedliche Procedure und die werden dann natürlich auch von den Piloten umgesetzt das was die Company dann in den SOPs schreibt gut EFIS Option ja wir müssen uns mit dem EFIS Panel dann beschäftigen also ihr kommt dann wie gesagt von den Lichtern die wir ausgeschaltet haben über die Seed Bed Science eventuell dann runter ins EFIS Panel und da müssen wir dann eben halt was schalten oder auch nicht hier steht Select das Constraint auf einer Seite für die Grid Mora falls sie dann available ist und den Airport auf der anderen Seite auch das ist Absolute Company Procedure wie gesagt Airbus legt sich da nicht weit aus dem Fenst sie sagen einfach mach wie du willst er ist required tja was macht man da also ich schalte ich kann es ja nur sagen so wie ich es mache und wie wir machen ich würde in 10.000 Fuß auf Airport schalten von Constraint auf Airport es sei denn ich habe noch irgendwelche Constraints in der Departure Route ja dann wäre es natürlich sicherlich sinnvoll auf Constraint zu bleiben damit mir die an dem Navigation Display dann auch angezeigt werden also welche Höhe ich wo noch zu erreichen habe ist natürlich in 10.000 Fuß wahrscheinlich nicht mehr der Fall oder sehr selten der Fall deswegen kann man eigentlich sagen dass man schon zurück auf Airport schalten kann aber müsst ihr gucken aber beide Seiten sollen erstmal jedenfalls da entweder einmal auf Constraint und der andere dann auf Airport da ihr ja aber nur Kapitänsseite seid würde ich an eurer Stelle das Ganze auf Airport schalten könnt ihr gerne machen ihr könnt es auch wenn ihr die Reiseflughöhe erreicht nochmal oben schalten also letztendlich steht ja es required macht wie ihr wollt aber ich mache es so dass ich in 10.000 Fuß auf Airport schalte so dann haben wir IKMEMO da müssen wir mal rauf gucken weil das ist ja letztendlich dieses IKMEMO ist ja eine Anzeige was ist denn alles noch an sind die Seedbet Signs noch an sind die Landing Lights vielleicht noch an habe ich die vergessen oder so also überprüfe ich jetzt das IKMEMO weil dann werden mir ja verschiedene Sachen eventuell angezeigt also gucke ich da nochmal drauf ob das alles so gewollt ist dann gehen und löschen jetzt die Radnav Page wir haben ja wenn ihr euch erinnert Stuttgart und Luburg vorgewählt gucken wir uns gleich alles an und das werden wir dann löschen damit die MCDU auch wieder die Möglichkeit hat eine Navigationsberechnung durchzuführen mit herkömmlichen Navigationsmethoden also VORs deswegen werden wir das dann löschen dann gehen wir auf den Secondary Fly Plan ihr erinnert euch wir haben ja in der Folge 4b darüber gesprochen sehr ausführlich darüber gesprochen wofür wir den Secondary Fly Plan nehmen wollen und da haben wir also ein Return drin hier steht es auch ihr seht zum Beispiel auch mit diesem Satz recopy the active flight plan in the secondary if an immediate return flight plan has been constructed previously also ihr seht schon mit meiner recommendation in der Folge 4b dass wir gesagt haben es macht Sinn den secondary flight plan für einen eventuellen return zu benutzen also sprich ein Holding auf der departure route einzugeben und von da auf jeden Fall den Anflug wieder auf Stuttgart falls falls wir dahin zurück kommen ihr seht selbst Airbus ist das eigentlich sehr sehr recht denn sonst würde das hier nicht stehen ein return flight plan also scheinbar ist es nicht so abwegig was ich euch da erklärt habe auch Airbus zieht das hier in Erwägung dass man das vielleicht machen sollte so und dadurch dass das ja nun vorbei ist wir sind jetzt ja schon in 10.000 Fuß und sind auch schon ein bisschen jetzt unterwegs dann spielt natürlich der immediate return keine Rolle mehr und dann können wir natürlich auch den secondary flight plan wieder copien damit würde man den aktiven Flugplan und den secondary Flugplan wieder synchronisieren und man würde beide wieder gleich haben ja und dann guckt man nochmal auf den auf die Seite von der MCU Progress Page mit dem Optimum Flight Level Max Altitude und so weiter und das wird dann nochmal gecheckt gut ja das ist die ganze Theorie das gehen wir jetzt also mal in der Praxis wieder durch also kurzer Stand der Dinger wir sind jetzt hier in 8000 Fuß angekommen da sind wir mehr oder weniger aufgehört beim letzten After Take of Unterricht und wir sind auf dem Weg nach Rottwe wir haben die After Take of Items ja erledigt in der Folge ihr seht es auch hier der Run Return of Light sind aus Nose Light ist aus wir haben hier dann unsere Spoiler wieder eingefahren also wir haben eigentlich alles getan und haben uns ja jetzt auch dann mit verschiedenen anderen Dingen beschäftigt so und jetzt würde es also gleich weiter nach oben gehen Engine Anti Ice brauchen wir natürlich nicht nochmal groß jetzt uns mit beschäftigen insofern weil wir das ja eigentlich in der After Take Off schon gemacht haben wenn aber natürlich in der After Take Off vielleicht noch in 4000 Fuß waren Anti Ice keine Rolle gespielt hat aber die Wetter Bedingungen ändern sich dann in 8000 Fuß na gut ich habe immer ein Auge auf die Temperatur und ich habe immer ein Auge auf das Engine Anti Ice hier ich habe immer hier haben wir immer ein Auge auf die TRT und die SRT die darf niemals dürfen wir das vergessen so dann fliegen wir einfach mal weiter und dann machen wir einfach mal die Action ok dann gehe ich mal hier zurück auf die Pause weg ok und wir gehen natürlich auch in den Climb wie seht ihr das nochmal also der Climb Modus ist definitiv der Mode der sicherlich angesagt ist klar ich kann natürlich auch in den Open Climb gehen wenn ich jetzt hier so mache bin ich im Open Climb es ändert sich nichts nur dass eben halt eventuelle Constraint nicht berücksichtigt werden deswegen wollen wir mal schnell mal schnell wieder zurück machen so ihr erinnert euch der erste Punkt bei 10.000 Fuß waren die Lichter das zweite sind eventuell die Seedbed Signs als drittes gehen wir dann hier ins EFIS Panel bei euch sind es eigentlich beide EFIS Panel für den First Officer vielleicht auch noch wenn ihr das machen wollt und dann geht das weiter so Callout ist Passing 10.000 ich halte mal an ja wenn ihr jetzt die 10.000 überquert habt dann gibt es drei verschiedene vielleicht auch unendlich viele Szenarien also Callouts die jetzt da vielleicht eine Rolle spielen die einen sagen das ist bei uns so die sagen 10.000 Feet Action dann weiß der Pilot Monitoring okay das ist letztendlich seine Anweisung jetzt kurz diese Schalterstellung durchzuführen bei den anderen die sagen Passing 10.000 Feet dann weiß der Pilot Monitoring auch dass er jetzt eben handeln muss bei einigen wird vielleicht gar nichts gesagt und es wird silent einfach gemacht kann alles sein also da ist euch da sind keine Grenzen gesetzt wenn ihr das macht ich nenne das jetzt mal so wie das ist bei uns 10.000 Feet Action aber da könnt ihr euch auch was ausdenken oder was weiß ich wie ihr das gerne möchtet okay 10.000 Feet Action so dann gehen wir das ganze durch also die Landelichter werden ausgeschaltet und zwar komplett dass sie auch eingefahren werden dann gucken wir uns die Seatbelt Signs an wir lassen die Seatbelt Signs bitte aus strafrechtlichen Gründen lieber an also unser Procedure hier im Unterricht ist bis zur Reiseflughöhe die Seatbelt Signs anzulassen so dann gehen wir zu dem EFES Panel da haben wir drüber gesprochen ich schalte jetzt auf Airport normalerweise schalten dann beide auf Airport wie gesagt wenn Constraint vielleicht noch interessant ist ja dann lasst es eben halt so ich halt mal hier an dann lasst es eben halt so kann auch sein dass ihr vielleicht macht ihr das so dann macht ihr Constraint vielleicht bei euch oder bei dem Co-Pilot oder wo ihr das gerne möchtet und bei dem anderen dann eben halt Airport das steht könnt ihr auch machen es steht er ist requiert und den machen wir ja wohl dann ist die Frage was machen wir jetzt hier mit den Schaltern VORs und so weiter also die meisten Leute bei den meisten steht es ja eigentlich so jetzt gehen wir weiter bei den meisten werdet ihr das so finden ich hatte ja gesagt mir ist das viel zu viel Info brauche ich alles nicht ich mache nur einen und wenn ich den Lubeck brauchen würde dann schalte ich den eben halt auf VOR so ich schalte bei mir grundsätzlich alles aus ich möchte hier nichts an irgendwelchen Pfeilen rumkreisen sehen die mich ja sowieso nicht interessieren wenn meine Position beispielsweise nicht mehr stimmt dann muss ich natürlich irgendwie das Speed All Star dann muss ich natürlich irgendwie das Ganze nochmal gucken ob die Position stimmt oder so ja dann ist es mir natürlich selbstverständlich frei dann natürlich wieder hier auf VOR zu schalten nur brauche ich jetzt in der Situation oder im Reiseflug irgendwelche Nadeln die da rumkreisen also ich brauche sie nicht aber auch das könnt ihr machen ich gehe mal davon aus dass die meisten Piloten das einfach so lassen und die das nicht stört aber mich stört das ungemein und deswegen schalte ich es aus aber wie gesagt ist euch überlassen und was ihr hier macht beim Co-Piloten ja da könnt ihr machen wie ihr wollt da könnt ihr machen wie ihr wollt alt so dann haben wir das EFS Pen oder beide EFS Pen haben wir uns drum gekümmert dann hier auch die Range vielleicht da nochmal ein Wort zu wie schalten wir die Range an die Range sollte man immer so einschalten dass wir zumindest den nächsten Punkt auf jeden Fall sehen hier sind wir ja zwei nun sind wir ja gerade mal 1,6 Meilen davon entfernt von Lugus also das ist klar aber dass ihr auf jeden Fall irgendwie hier noch einen Plan habt also wenn ihr das Ganze denn hier das Ganze hier hinschaltet auf so ja ich weiß nicht ob das jetzt sinnvoll ist das so zu schalten also ich meine ihr seht da gar nichts also und so ist mir auch schon viel zu viel übrigens das Problem ergibt sich aus folgendem die Airpods die hier eingeblendet sind sind viel zu viele die spielen für euch gar keine Rolle das sind nicht alle Airpods also natürlich sind es alle Airpods gerade weil es alle Airpods sind in der Regel sind in der MCDU nur die Airpods drin die für euch für das Flugzeug auch relevant sind und nicht alle also so hilft es mir natürlich auch nichts also wenn ich so das immer angezeigt bekomme dann würde ich euch sogar raten hier bloß wegzuschalten weil das ist ja ist ja albern so viele Airpods angezeigt zu bekommen das ist leider so das ist nicht in der Realität so in der Realität habt ihr natürlich Airpods klar aber vielleicht ein Fünftel oder ein Zehntel davon nämlich nur die Airpods die wirklich für euch auch interessant sein könnten was hilft mir der Bahn mit 800 Metern das hilft mir natürlich gar nichts kann ich nicht landen also deswegen ist das natürlich so eine Sache so was macht Sinn ja wie schon erwähnt hier 80 Meilen ja damit kann ich vielleicht noch gerade erleben aber diese Airpods die da angezeigt sind mir auch alle zu viel also 40 hier so das ist eigentlich ein ganz gutes Bild damit kann man gut arbeiten da habe ich letztendlich alles drin denkt aber bitte dran dass ihr vielleicht auch mal mal weiter schaltet auch wenn dann macht ihr vielleicht das ist jetzt aber hier simulator technisch in Wirklichkeit kann ich immer auf Airpods lassen so wenn ich jetzt aber mal weiter schalten möchte beispielsweise mal auf 80 oder 160 dann schalte ich mal Airpods mal eben ganz kurz aus so warum mache ich denn das ja ich will vielleicht auch mal erfahren wie das Wetter so in vielleicht 100 oder 120 Meilen vor mir ist wenn ich also nur die ganze Zeit hier so hinstalle auf 40 Meilen dann ist es ja hier oben schon 40 Meilen das kann natürlich Probleme mit sich geben im Hinblick darauf dass ich vielleicht mal ausweichen will also Sprichwort Wetterradar wenn wir jetzt mal aufs Wetterradar gehen dann haben wir ja gesagt wir sollen jetzt auch ein bisschen mal den Tilt anpassen ja gut jetzt gucken wir mal gut jetzt haben wir hier natürlich super Wetter mal sehen was das jetzt an Tilt ist zwei zwei Grad na gut zwei Grad müsst ihr ein bisschen mal ausprobieren könnt ihr dann auch vielleicht drei Grad machen irgendwie so drei Grad so jetzt haben wir drei Grad das müsst ihr mal so ein bisschen gucken aber entscheidend ist ich meine bei der Wetterlage die ihr jetzt seht da ist das natürlich alles hinfällig weil ihr seht das gute Wetter aber seht ihr nichts und das Wetter ist schlecht ja dann solltet ihr schon mal auch hier die Range mal etwas weiter selektieren auf 160 Meilen dann wird durch das Wetter irgendwo hier das ist natürlich je weiter es ist desto ungenauer wird es ist natürlich klar also es kann jetzt sein dass ihr hier oben vielleicht schlechtes Wetter seht und dann stellt ihr nachher fest da ist gar kein schlechtes Wetter weil die die Echos vom Boden oder von irgendwelchen Bergen dort mit abgebildet werden das bleibt gar nicht aus deswegen ja auch der Tilt dass ihr dann mal ein bisschen adjusten müsst nochmal einen Grad nach oben oder so also einen Grad weniger nach unten so will ich es mal sagen ja und gucken dann wie sieht das aus das ist Erfahrungssache da müsst ihr einfach mal ein bisschen rumspielen und dann werdet ihr sehen was für euch eigentlich Sinn macht ne also deswegen nicht einfach stur nur jetzt auf den 40 Meilen lassen und sich dem erfreuen sondern vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus gucken ich mache mal Airpods wieder an wie gesagt damit kann ich noch einigermaßen nehmen aber solche Airpods hier wie weiß ich Sierra India und so kennt also ich kenne sie nicht keine Ahnung das sind wahrscheinlich alles kleine Airpods und da sind alle Airpods drin und das ist nicht der Regelfall okay das war jetzt nur nochmal zum Tilt damit wir darüber gesprochen haben so was haben wir jetzt eben gemacht also wir haben die Lichter wir haben uns um die Ephes gekümmert ne gar nicht wir haben uns um die Lichter gekümmert wir haben uns um das Seedbed sein gekümmert was wir anlassen dann haben wir uns um das Ephes gekümmert das war jetzt der letzte Punkt da haben wir jetzt genügend zu gesprochen so und das nächste was jetzt kommt ist hier kann man so besser sehen hier nochmal die E-Kamemo ne hier sehen wir ob noch irgendwas fehlt und ihr seht die Seedbeds sind noch an ja das wollen wir ja auch machen aber wir überprüfen das vielleicht steht ja noch irgendwas anderes was wir gar nicht mal anhaben wollen ne das wird mir dann hier angezeigt deswegen ist es ganz gut dass wir hier mal einen Blick drauf werfen das wäre dann die Nummer 4 ne E-Kamemo so und dann gehen wir zur MCDU welche Knopf war das hier dann gehen wir zur MCDU und dann machen wir folgendes dann gehen wir auf die Ratnav Page hier steht ja noch Stuttgart und Luburg und wir deleten das Clear Stuttgart und Clear Luburg ok ich meine dass automatisch auch dann hier der Kurs rausfällt müsste ich noch mal in Wirklichkeit überprüfen auf jeden Fall entscheidend ist dass ihr das hier löscht hier oben aber ob das jetzt drin bleibt weiß ich jetzt gar nicht werde ich euch dann bei der nächsten Folge sagen werde ich dann in den nächsten Tagen mal ausprobieren werde ich noch mal darauf achten also das ist das eine das zweite ist der Secondary Fly Plan ihr erinnert euch so sah der Secondary Fly Plan aus hier mit der Immediate Return nach dem Holding wieder zurück auf die 2.5 so und das brauchen wir nicht mehr jetzt sagen wir Copy Active so und damit ist jetzt der Secondary Fly Plan der gleiche wie der erste Flugplan also das ist damit gemeint dann gucken wir uns jetzt auf der Progress Page hier die Höhen an Flight Level 3.30 also ist ja das was wir gefeilt haben dann Optimum Flight Level 3.90 und Rec Max sind 3.98 da werdet ihr in der Regel keine Geraden zahlen habt ihr immer so krumme Level irgendwie 3.98 oder irgendwas so 3.90 wie gesagt das ist jetzt Optimum Flight Level 3.30 werden wir hingehen aber was was das mit dem Optimum Flight Level und so weiter und ob das Sinn macht und wann es Sinn macht das wird uns nachher alles später beschäftigen hier haben wir ja noch mal Stuttgart eingegeben das würde ich in dem Fall jetzt überschreiben in dem Fall würde ich jetzt nochmal eben ganz kurz hier drauf gehen Lepa 2.4 rechts erwarten na gut gucken wir mal also würde ich jetzt hier Lepa eingeben Lepa 2.4 rechts und würde das jetzt hier einfach überschreiben dann wissen wir auch nochmal direkte Distance sind 454 Meilen jetzt äh 545 554 Meilen mit mit einem Beering von 208 also das würde ich jetzt hier ebenfalls machen und äh dann könnte man auch nochmal hier gucken GPS ist immer noch nach wie vor Primary hier GPS Primary Accuracy is High und so estimated ist im Moment 0,08 nautische Meilen Abweichung und wir brauchen in dem Sektor jetzt im Moment 2,0 Meilen also alles in Ordnung ne also auch das würde ich überprüfen also Radnav Page löschen Secondary Flight Plan kopieren Progress Page Level überprüfen dieses hier anwählen die Runway die man jetzt erstmal jedenfalls erwartet welche denn auch nachher stattfindet werden wir sehen hier dann anwählen und nochmal überprüfen GPS Primary Accuracy is High so und dann könnt ihr wählen was ihr wollt entweder ihr lasst das so oder ihr geht wieder zurück auf die Climb Page oder vielleicht geht ihr auf die Flight Plan Page ja da wechsle ich häufig mal um weil ich mal gucken will wie sieht das hier noch aus stimmt das alles noch ah ja alles klar bin noch im Managed und so weiter gut also diese Seite finde ich nicht so ganz interessant muss ich ganz ehrlich sagen ja die ist jetzt nicht ganz so wichtig denn selbst wenn ich Destination Fuel onboard ja das sehe ich auch hier ne da brauche ich nicht die Climb Page ausfragen also ich bewege mich eigentlich meistens in der Flight Plan Page respektive auf der Progress Page das ist das was ich eigentlich meistens benutze ne aber dürfen wir ja auch ist ja erst required ne ok gehen wir mal da zurück so und dann heißt es 10.000 Feet Action completed bei uns bei anderen heißt es vielleicht gar nichts da wird eben halt das nur gemacht und wird nicht mehr konfirmt dass man es gemacht hat das wie gesagt könnt ihr machen wie ihr denn wollt ja das waren eigentlich die Items in den 10.000 Fuß ihr seht es auch da nochmal in euren QRH Procedure wir sind ja jetzt schon beim Summary 6.0 das habe ich schon online für euch in den Unterrichtsmaterialien zum Download da sind diese ganzen das Mockup nochmal drin wo ihr dann eben halt hinzugehen habt und dann denke ich mal dann haben wir das auch besprochen ja in der nächsten Folge werden wir uns dann mit diesen Modis beschäftigen was den Climb anbelangt bis wir dann unsere Reiseflughöhe erreicht haben wir werden uns wahrscheinlich kurzzeitig allerdings nochmal mit Steep Turns und Stall beschäftigen das ist eigentlich ein Non-Mobile Bereich es wird eigentlich im Simulator häufig trainiert aber ich denke das könnten wir einfach mal kurz mit abhandeln diese zwei Sachen dann würden wir mal 45 Grad Kurven fliegen und mal die Maschine in Stall fliegen sowohl mit Full Configuration als auch mit Clean Configuration mehr Non-Normals werden wir uns aber dann erstmal nicht angucken das wird uns dann nachher mal beschäftigen wenn wir uns in Richtung Non-Normals bewegen dann werden wir alle Non-Normals durchgehen die mit der Maschine durchgegangen werden können und das wird sicherlich nochmal ich weiß für viele sehr sehr interessant werden ich weiß aber dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden alles klar Leute dann sind wir fertig für den heutigen Tag dann wünsche ich euch Happy Landings und ja als Tipp nochmal für euch seht zu dass ihr also jetzt auf jeden Fall von Takeoff bis Passing 10.000 Fuß dass ihr euch da bitte wirklich fit fühlt weil alles andere wird jetzt erstmal ein bisschen entspannter werden das geht jetzt wir kommen jetzt ja langsam in den Urlaub rein denn wir haben jetzt die 10.000 Marke 10.000 Feet Marke überquert und das heißt für uns als Pilot endlich kehrt die Ruhe ein der Stress am Boden mit Passagieren und Schalterstellung und ATC und Rollen und was weiß ich ist endlich mal vorbei nun haben wir Zeit uns etwas zu entspannen und wenn wir natürlich im Reiseflug sind ohnehin und da werden wir dann drauf eingehen alles klar dann wünsche ich euch was bis zum nächsten Mal bis gleich bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum ersten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal